Musik Hallo, ich bin Carsten in Dabringhausen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal, wo liegt jetzt Dabringhausen? Dabringhausen liegt so Richtung Wermelskirchen. Also ich bin heute wieder im Bergischen Land unterwegs. Ich habe mir hier eine Tour ausgesucht, rund um Dabringhausen nennt sich die. Der Wald hier, der ist schon mal ganz schön. Hier liegt auch viel Totholz herum. Sieht so aus, als würde auch hier nur Forstwirtschaft betrieben werden, um die Wege sicher zu halten. Da unten fließt ein kleines Bächchen. Plätschert da lustig vor sich hin. Schon ganz angenehm hier zu laufen. Was das Wetter heute macht, weiß ich nicht. Es ist irgendwie warm, aber doch sehr bewölkt. Ich bin ja mal gespannt, ob es sich hält heute. Und wenn ihr Lust habt, kommt weiter mit. Und du seid denn eigentlich? Alles ist, dass wir ein bisschen alles finden, aber es gibt kein Geyser. Vielleicht macht es noch Stamm. Ich möchte mich hier ein bisschen schauen. Schleifern, du bistherst, Dauber, du bistherst, Dauber, du bistherst, Dauber, du bistherst. Dauber, du bistherst. Musik 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 Na, und anhand der Fülle der Wanderzeichen hier, kann man sich hier auch gut vorstellen, was hier so los ist. Und man trifft hier schon des öfteren Mal auf andere Wanderer. Musik 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 Ich bin jetzt gleich in Darbringhausen wieder zurück. Von da aus muss ich dann noch einmal quer durch den Ort zum Auto zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik